Nächstes Lied ist geeignet für alle, die ein bisschen hippie-affin sind. Ihr kennt sicherlich den Film Summer in Orange. Der hat mich inspiriert, weil ich einfach geil finde, wenn ein paar verrückte Leute versuchen einfach mal einen alternativen Lebensstil zu praktizieren. Und es scheitert aber scheiße gerade. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik Makes him feel as fun Makes him feel as fun